Jo, hallo und herzlich willkommen mal wieder bei dergartenfran.tv. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, seit längerem habe ich ja schon vor, mir einen eigenen Gartenbrunnen zu bohren, der dann aus dem Erdreich Grundwasser nach oben befördern kann, an die Erdoberfläche, damit man dann kostenloses Gießwasser hat. Ja, und genau dieses Projekt werden wir heute umsetzen. Also was heißt heute? Ich meine, das ist kein Projekt von zwei Tagen, sondern wirklich ein Projekt, ich würde mal sagen, von zwei Wochen. Ja, bevor ich euch jetzt aber erstmal das ganze Material zeige, was man zum Brunnenbohren benötigt, schauen wir uns erst einmal an, was man überhaupt machen muss, organisieren muss, bevor man sich einen Brunnen bauen darf. Ja, zuallererst muss man natürlich genau planen, wie tief soll der Brunnen werden, wo möchte ich ihn hinbohren und so weiter und so fort. Und wie gesagt, da gibt es gewisse Sachen, die man einhalten muss. Zuallererst muss man sich ungefähr, ja, ich würde sagen, drei Wochen vorher, bevor man anfängt zu bohren, eine Genehmigung einholen. Warum Genehmigung in Anführungsstrichen? Bei mir war es so, ich brauche erst eine Genehmigung, wenn ich tiefer als 100 Meter bohre. Mein Brunnen wird jetzt ungefähr so 15, 16 Meter tief. Da muss ich bloß den Brunnen anzeigen. Das heißt, ich konnte mir einfach auf der Internetseite meines Landkreises ein Formular ausdrucken. Das habe ich ausgefüllt, handschriftlich, oder kann man auch am Computer machen. Und das wird dann an die untere Wasserbehörde geschickt, mit sämtlichen Informationen, also wo soll der Brunnen gebohrt werden. Also man muss jetzt keinen genauen Lageplan haben, aber halt auf welchem Grundstück. Wie tief soll er ungefähr sein und wie der Durchmesser des Bohrloches sein soll. Da braucht man keine Genehmigung für. Da habe ich dann nach zwei Wochen ungefähr eine Benachrichtigung erhalten. Ja, wir haben Ihren Brief gelesen. Sie können jetzt anfangen. Wie gesagt, wenn man tiefer als 100 Meter bohren muss oder möchte, hier in meinem Landkreis, dann muss man eine Genehmigung dafür haben. Dann musste ich es in diesem Fall zum Glück nicht. Dann war es noch so, in meiner Gemeinde hier musste ich drei Meter Mindestabstand von der Grundstücksgrenze halten. Das Problem habe ich nun nicht. Ich habe hier ein relativ großes Grundstück und ich habe einfach mittendrin gebohrt, wo genug Platz zu den Nachbarn ist. Ja, und dann müsst ihr euch noch über die Bodenbeschaffenheiten informieren. Das findet ihr alles eigentlich auf der Internetseite eures Landkreises. Zum Beispiel sieht man hier einmal dieses Bodenprofil. Da kann man genau erkennen, die unterschiedlichen Erdschichten. Das ist ganz einfach. Und zwar, es gibt ihr überall von der Wasserbehörde, von dem, keine Ahnung, was ihr für den Wasserversorger habt. In unserem Fall ist es die OOWV. Die haben überall Bohrlöcher zur Grundwasserkontrollierung. Und da sucht ihr euch das Bohrloch. Da gibt es auch so eine Karte. Da sucht ihr euch das Bohrloch, was am nächsten an euch dran ist, aus. Denn von jedem Bohrloch gibt es ein Bodenprofil. Und das Bodenprofil des Bohrloches, was als nächstes bei euch dran ist. Das drückt ihr euch aus und so ähnlich wird dann wahrscheinlich auch euer Boden sein. Bei mir ist jetzt das nächste Bohrloch ungefähr 200 Meter entfernt. Deshalb ist diese Angabe da auf diesem Plan ziemlich genau. Dieser hier. Und deshalb wird mein Boden, denke ich mal, so ähnlich aussehen. Wir liegen hier ca. 15 Meter über dem Meeresspiegel. Von daher sollte das ganz gut klappen. Was ich euch auch noch auf jeden Fall empfehlen kann, ist sich eine vernünftige Lektüre anzuschaffen von jemand, der Ahnung hat. Ich möchte jetzt wirklich keine Schleichwerbung oder sonst was machen. Ich habe dieses Buch ja auch natürlich selber gekauft. Aber ich kann dieses Buch wirklich nur sehr empfehlen. Das heißt, Brunnenbohrendes Handbuch. Das könnt ihr einfach mal eingeben. Das werdet ihr dann bestimmt finden. Da gibt es natürlich auch sämtliche andere Bücher. Ich habe nur das hier gekauft. Denn das ist wirklich ein klasse Buch. Da steht alles drin, was man braucht. Von Brunnenbau bis zur automatischen Bewässerungsanlage alles dabei. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einmal raus und schauen uns mal das Material an, was ich schon mal für den Brunnenbau beschaffen habe. Was wirklich sehr, sehr wichtig für den Brunnenbau ist, ist dieser Erdbohrer hier unter anderem. Der ist aber sozusagen, und der muss als erstes da sein, denn der ist das Grundmaterial, vor allem das Verlängerungsgestänge dafür, was wir hier noch sehen in blau. Denn damit wird bis zur Grundwasser für eine Schicht vorgebohrt. Das heißt, man setzt den Bohrer so an und bohrt dann so lange, bis Wasser kommt. Das sollte natürlich alles relativ senkrecht ablaufen. Also es sollte im Lot sein. Das werdet ihr gleich noch sehen. Dann brauchen wir noch so eine Kiespumpe hier. Es gibt auch Plunscher, aber diese Kiespumpen sind besser. Was da jetzt genau der Unterschied ist, das zeige ich euch später noch. Denn dafür müssen wir erstmal auf Wasser stoßen und erstmal das blaue Brunnenrohr besorgen. Ja und ich bedanke mich vielmals bei Erdbohrer.de, die mir freundlicherweise diesen Erdbohrer hier und diesen Plunscher oder diese Kiespumpe zur Verfügung gestellt haben. Dieser Shop oder diese Verkaufsseite im Internet, die ist wirklich wunderbar. Erstens mal die Lieferung, das ging wirklich rucki zucki. Ich habe mir noch ein paar andere Sachen bei Erdbohrer bestellt. Die wurden alle nach einem Tag geliefert. Auch diese Sachen hier, die sie mir gesponsert haben, wurden auch ganz schnell geliefert. Und das ist wirklich eine super Qualität. Und diese Webseite bietet einfach alles, was man zum Brunnenbau benötigt. Auch Lektüren oder Fachlektüren zum Brunnenbau gibt es dort. Dann wie gesagt wirklich alles an Material von Brunnenrohr. Das blaue Brunnenrohr kennt ihr bestimmt. Plunscher, Erdbohrer, gibt es wirklich alles da. Ach ja, und dieses Rohr, was ihr hier seht, das gelbe, das ist ein Abwasserrohr. Das ist natürlich nicht das eigentliche Brunnenrohr, was hinterher eingeplumscht oder hiermit abgetäuft wird. Sondern das ist ein Arbeitsrohr, das werden wir dann reinstecken, wenn wir aufs Wasser gestoßen sind. Aber das seht ihr natürlich alles noch später. Ich würde vorschlagen, bevor ich einmal mein ganzes Material hier zeige, was ich bisher schon habe, Gehen wir einmal kurz an den PC und ich zeige euch einmal im erdbohrer.de-Shop, was es alles an Material gibt und in welchen unterschiedlichen Ausführungen. Hier sind wir jetzt auch schon auf der Webseite erdbohrer.de angekommen. Hier gibt es wie gesagt wirklich alles, was man zum Brunnenbau benötigt. Die haben hier auch freundlicherweise den Erdbohrer und die Kiespumpe zur Verfügung gestellt. Wirklich sehr nett, vielen Dank nochmal dafür. Ich werde euch jetzt einmal zeigen, welche ich hier genommen habe. Also zum Beispiel zuallererst einmal diesen Brunnenbohrer hier, 8 Meter mit einem Spiraldurchmesser von 165 Millimeter. Wir schauen uns das einmal genauer an, was es denn hier zu beachten gibt. Und zwar ist hier wichtig, dass der Brunnenbohrkopf, also dieses Teil hier, so eine Aufkantung hier hat. Ja, diese Erdbohrer sind zwar was teurer mit dieser Aufkantung, aber die macht sich wirklich bezahlt. Wir werden gleich im Vergleich nochmal einen Erdbohrer ohne Aufkantung uns anschauen. Aber wie gesagt, diese Aufkantung hier am Rand, die so angeschweißt ist oder dieses kleine Stück hier, ist wirklich sehr wichtig, damit einem das Bohrgut oder wenn man mal einen großen Stein erwischt hat, nicht wieder von der Spindel runterfällt. Oder auch wenn wir schon im Wasser sind und möchten noch ein bisschen weiterbohren, weil es einfach noch möglich ist, dann rutscht das nasse oder feuchte Sandmaterial oder was immer man auf dem Boden hat, nicht gleich wieder runter. Ich würde sagen, wir schauen uns einmal kurz einen anderen Bohrer an, einen anderen Brunnenbohrer. Den gibt es hier natürlich auch. Kann man auch nehmen, wenn man es nicht so weit hat zum Bohren. Nehmen wir einfach mal als Beispiel diesen hier. Wenn wir uns den einmal anschauen, sehen wir hier an diesem Bohrkopf haben wir nicht diese Aufkantung. Das kann man hier nochmal besser sehen. Genau hier haben wir nicht diese Aufkantung, hier ist er einfach glatt. Und da kann halt tatsächlich schnell das Bohrgut wieder runterrutschen. Vor allem, wenn man einen langen Weg hat. Zum Beispiel, ich musste jetzt um die 7 Meter tief bohren. Und wenn man diese 7 Meter Gestänge erstmal aus dem Bohrlach rausgeholt hat, kann es mal schnell passieren, dass das Erdreich ohne so eine Aufkantung mal schnell wieder runterfällt. Gut, wenn man hier, was weiß ich, nur 4-5 Meter tief bohren braucht, brauchen wir sie nicht unbedingt. Aber ich kann es trotzdem einfach nur empfehlen. Die sind zwar auch was teurer, aber gut. Es ist wirklich empfehlenswert, denn es erleichtert tatsächlich sehr die Arbeit. Dann schauen wir uns noch einmal diese Kiespumpe hier an. Die gibt es natürlich auch. Da kann man doch einmal wunderbar den Unterschied erkennen zwischen Plunscher und Kiespumpe. Man sieht, preislich ist da natürlich auch ein gewisser Unterschied. Das kann man dann je nachdem machen, wie man das möchte. Zum Beispiel sieht man hier, der Vergleich ist noch besser. Ich habe diese Kiespumpe hier gesponsert bekommen mit 108 Millimetern im Durchmesser. Und dasselbe gibt es natürlich auch als Plunscher. Und man sieht, der Plunscher ist natürlich wesentlich günstiger. Aber ich kann es nur empfehlen, so eine Kiespumpe zu nehmen. Wir schauen uns die einmal genauer an. Übrigens, diese Lieferzeit in 15 Werktagen, hier ist Quatsch. Denn, wie gesagt, bei mir wurde das alles nach zwei Tagen geliefert. Genau, hier sehen wir einmal die Kiespumpe. Die sieht so aus. Bei mir ist er zwar grau lackiert, aber das macht ja nichts. Der Lack ist ja egal, Hauptsache sie funktioniert. Hier kann man es einmal im Einsatz erkennen. Da sieht man halt wunderbar diesen Kolben. Mit dem Kolben Gestänge. Und der sorgt dann halt für einen Unterdruck. Das funktioniert so ähnlich wie eine Schwengelpumpe. Und damit wird dann der Sand, das Material in die Kiespumpe eingesaugt. Und das Rohr rutscht danach. Wie gesagt, das werdet ihr alles noch im zweiten Teil des Brunnenbaus sehen. Und jetzt schauen wir uns noch einmal den Plunscher an. Den haben wir hier. Der funktioniert halt so. Da ist kein Kolben drin. Der wird dann einfach durch ruckartiges Bewegen. Wird dieses Ventil halt sozusagen geschlossen. Und dabei wird dann Sand und Schlick und was nicht alles eingesaugt. Der ist natürlich nicht so effektiv. Der hat ungefähr im Vergleich zur Kiespumpe eine Effizienz von 30%. Gut, wenn man nicht so tief muss, kann man den gerne nehmen. Aber ich kann nur empfehlen, eine normale Kiespumpe zu nehmen. Geht wesentlich einfacher, schneller und ist einfach komfortabler. Ich finde, das Geld kann man dann auch immer dafür ausgeben. Was gibt es hier noch? Natürlich auch das Brunnenrohr. Das Rohr, was wir noch ablassen werden. Oder schon abgelassen haben. Ne, noch ablassen werden in das Bohrloch in diesem Video. Ist natürlich nicht das eigentliche Brunnenrohr. Das ist nur ein Schutzrohr. Das eigentliche Brunnenrohr ist dieses hier. Da suche ich mir gerade mal mein Bauteil raus. Genau, das ist dieses hier. Und zwar habe ich da das Brunnenrohr mit Durchmesser von 150 mm. Also 4 Zoll und einer Baulänge 1 Meter gewählt. Das sieht dann halt so aus. Das können wir uns mal genauer anschauen. Und hier sehen wir auch einmal das Gewinde. Das heißt, diese Rohre werden nicht wie normale Abwasserrohre zusammengesteckt. Sondern die werden richtig miteinander verschraubt. Das ist ein Rechtsgewinde. Ganz normal. Und das sorgt dann halt dafür, wenn man das Rohr mal wieder zur Not ziehen muss, dass die Rohre nicht auseinander rutschen. Bei einem normalen Abwasserrohr, wenn man das nehmen würde und man müsste es rausziehen, dann würde es auseinander rutschen. Hier halt nicht, weil das verschraubt ist. Wird natürlich auch ohne Hanf oder sowas verschraubt einfach zusammengeschraubt. Ohne sämtliche Abdichtungsmaßnahmen. Hier sieht man auch mal, das ist ein Trapezgewindeverbinder. Gut, die kosten auch ein bisschen was. Aber ich finde, wenn es vernünftig werden soll, sollte man das Geld auch ausgeben. Was haben wir hier noch? Wir haben natürlich auch die Brunnenfilter. Das ist dasselbe Rohr. Das ist dann halt bloß geschlitzt. Damit das Wasser vom Grundwasserleiter in das Brunnenrohr hineinströmen kann. Was gibt es hier noch? Hier gibt es wirklich alles, was man halt wie gesagt für ein Brunnenrohr braucht. Wer unbedingt möchte und mit KG-Rohren arbeiten möchte, kann das gerne machen. Hier gibt es auch KG-Rohrfilter. Das ist dann halt dieser Brunnenfilter. Der ist dann halt bloß für Abwasserrohre gedacht. Oder für diese KG-Rohre, wenn man die nehmen möchte. Ich würde sie nicht nehmen, weil das ist einfach nur Fusch. Denn diese KG-Rohre sind auch wesentlich schwächer. Also die haben eine geringere Wandstärke. Und wie gesagt, wenn man sich mal die Muffen vergleicht. Schauen wir uns mal hier eine Muffe an. Die hat einen wesentlich dickeren Kragen. Das heißt, wenn man im Wasser ist, dann drückt natürlich der ganze Sand gegen das Rohr gegen. Und hält das Rohr fest. Und wenn dann hier noch so eine dicke Muffe ist, wird das Rohr natürlich noch mehr festgehalten. Wenn wir nochmal im Vergleich ein normales Brunnenrohr angucken. Wo hatten wir es denn? Hier, wenn wir uns ein normales Brunnenrohr angucken. Man sieht, da ist natürlich die Muffe wesentlich geringer. Und hat somit auch wesentlich weniger Widerstand. Dann gibt es auch noch den Rahmenbrunnen. Der ist aber halt nur für Wasserstände bis 8 Meter, würde ich sagen. Oder bis 7,5 Meter, wenn überhaupt. Der sieht dann so aus. Wenn das Grundwasser halt tiefer als 7,8 Meter liegt, kann ich den nicht empfehlen. Ich würde immer, auch wenn man einen höheren Grundwasserspiegel hat, immer ein normales Brunnenrohr nehmen. Weil dann kann man auch eine Tiefbrunnenpumpe einsetzen und sowas. Und hier kann man halt nur eine Saugpumpe einsetzen. Aber man sieht, das ist auch wesentlich günstiger. Je nachdem, was man für Bedürfnisse hat. Wenn man bloß eine Schwengelpumpe anschließen muss oder möchte, reicht natürlich sowas auch. Apropos Schwengelpumpe, sowas gibt es hier natürlich auch. Hier seht man auch mal kurz die Schwengelpumpe, die ich mir noch gekauft habe. Da habe ich mir nämlich diese hier genommen. Die ist wirklich super. Jedoch habe ich im Moment das Problem, mein Wasserspiegel liegt tiefer als 7 Meter. Also liegt ungefähr bei 7 Meter, aber gut, wie auch immer. Die Ansaughöhe ist maximal 7 Meter und sie lässt sich wirklich sehr, sehr schwer pumpen. Und wenn man so 10 Meter gefördert hat und der Wasserspiegel ein bisschen im Brunnenrohr absinkt, dann klappt das Ganze natürlich nicht mehr so gut. Deshalb muss ich mir noch eine Tiefbrunnen-Schwengelpumpe einschaffen, aber dazu später mehr. Dann gibt es natürlich hier auch noch normale Pumpen. Für diejenigen, die halt eine elektrische Pumpe einsetzen möchten, das werde ich natürlich auch tun. Und zwar möchte ich mir da eine Tiefbrunnenpumpe besorgen. In der Ausführung 4 Zoll. Hier sieht man hier, die kostet natürlich einiges, aber ich denke mal, das ist wirklich lohnenswert, wenn man auch was Vernünftiges haben möchte. Hier sieht man es einmal, genau. Das war ich nur kurz am Rande. Was gibt es hier noch? Genau, hier kann man nochmal gucken. Vermietung und Verleih. Wenn man sich das Ganze natürlich nicht kaufen möchte, kann man natürlich auch gucken, ob irgendjemand in der Nähe, was weiß ich, im Umkreis von 50 Kilometern oder so, jemand sowas zum Verleih anbietet. Dann hat es sich das natürlich ergeben mit den Anschaffungskosten. Dann kann man sich das halt ausleihen. Habe ich in meinem Fall jetzt leider nicht das Glück gehabt, dass jemand sowas ausleiht. Deshalb habe ich mir das ja auch sponsern lassen. Daran nochmal vielen Dank an die Webseite, dass ihr mir das gesponsert habt. Wie gesagt, da gibt es noch einiges anderes. Auch zum Beispiel das Buch, das gibt es da glaube ich auch zu kaufen. Genau, hier seht man nochmal das Buch, was ich mir gekauft habe. Das ist wirklich wunderbar. Bin ich sehr zufrieden mit. Klappt wirklich super. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder zurück im Garten und schauen mal, wie weit ich da schon gekommen bin. Ja und schon sind wir wieder bei meinem Material. Ich habe hier diesen Erdbohrer. Der hat einen Durchmesser von 165 Millimeter. Und mir war vor allem wichtig, da ich hier sehr sandigen Boden habe, dass er diese Aufkantung hier hat. Also das hier ist diese Bohrspindel, diese hier. Und wichtig ist halt, dass er diese Aufkantung hier an der Seite hat. Könnt ihr denke ich mal gut erkennen. Denn das dient dazu, dass der Sand, wenn man ihn hochholt, nicht immer wieder rausfällt. Das ist wirklich auch sehr praktisch und funktioniert gut. Und hier unten habe ich ihn noch ein bisschen angeschliffen, dass er schön scharf ist und sich schön in den Sand reinbohrt. Das funktioniert wirklich wunderbar. Dann haben wir natürlich noch das Verlängerungsgestänge dazu. Das sind insgesamt 8 Meter. Also mit dem Bohrer kommen wir etwa 9 Meter tief. Dann habe ich hier diese Plunsche oder diese Kiespumpe. Ein Plunscher ist ja was anderes. Das ist die Kiespumpe. Wie die funktioniert, das werdet ihr halt noch später sehen. Und dann habe ich mir dieses Teil hier gebaut. Das gibt es, sowas gibt es leider nicht zu kaufen. Also habe ich bisher noch nicht gesehen. Das nennt sich Steinfänger. Das heißt, wenn man in der Erde auf einen Stein stößt, was ich ja auch schon bin. Man sieht, hier habe ich schon drei Steine geborgen. Die wir gestern schon im Weg waren. Das geht mit diesem Steingreifer wirklich wunderbar. Den hat mein Nachbar mir freundlicherweise zusammengeschraubt. Oder zusammengeschweißt, besser gesagt. Und zwar funktioniert das so. Man hat hier drei Furniereisen, a 66 Zentimeter. Und dann habe ich mir ein Vierkantrohr besorgt. Das hat eine Abmessung von 25 x 25 Millimeter. Das passt nämlich genau zu diesen Bohrgestänge. Und da kann ich mit diesem Steingreifer halt die Steine lösen und hochheben. Das funktioniert ganz einfach. Ich nehme mir mal diesen Stein hier als Beispiel. Den habe ich damit gestern nämlich rausgekriegt. Nehmen wir mal an, der Stein liegt hier unten so im Bohrloch. Und man rammt dieses Ding von oben rein. Den geht der Stein so dazwischen. Es ist eingeklemmt und man kann ihn dann wunderbar hochheben. Nach oben im Bohrloch halt rausziehen. Das geht wirklich gut. Also es geht natürlich jetzt nicht so einfach, wie ich es euch hier beschrieben habe an diesem Beispiel. Da muss man schon ein bisschen rumpulen, ein bisschen rumstochern. Bis er dann noch letztendlich so hier reingeht. Aber im Prinzip funktioniert das alles wunderbar. Ja, dann habe ich noch dieses Abwasserrohr hier. Das ist ein 160er KG-Rohr. Das ist halt dazu da, wenn man dann schlussendlich auf Wasser gestoßen ist, wird dieses Rohr in die Erde gerammt. Das nennt sich Arbeitsrohr. Das ist also ganz wichtig, nicht das eigentliche Brunnenrohr. Denn diese KG-Rohre sind nicht für den Brunnenbau geeignet. Das ist wie gesagt nur das Arbeitsrohr. Wenn dann das eigentliche blaue Brunnenrohr... Ich blöde euch am besten mal ein kurzes Bild von diesem blauen Brunnenrohr da oben ein. Da, damit ihr mal den Unterschied seht. Dieses eigentliche blaue Brunnenrohr wird dann in dieses Rohr reingelassen und wird dann mit der Kiespumpe abgetäuft. Ja, dann braucht man noch ein Dreibein. Ich habe jetzt leider kein Dreibein, deshalb habe ich einfach hier meine Leiter genommen. Da habe ich mir oben einen Flaschenzug rangebaut. Aus einem alten Schubkarrenreifen. Mit einem ordentlichen starken Seil. Da habe ich mir einen ordentlichen starken Karabiner noch daran gemacht. Das brauchen wir jetzt aber noch nicht. Den brauchen wir erst später. Also diese Konstruktion hier. Nämlich für die Kiespumpe, die da hinten liegt. Dann brauchen wir natürlich eine Schubkarre. Und hier unter dieser Platte sieht man schon, gestern habe ich schon mal vier Meter vorgebohrt. Na gut, viel sehen tut man jetzt nicht. Wir werden gleich mal mit der Taschenlampe reinleuchten. Und dann empfiehlt es sich noch, womit ich wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, einen Wasserschlauch. Denn wenn da unten nämlich mein Stein drinnen liegt und der so fest ist mit dem Wasserschlauch, wenn man den unten reinlässt mit dieser scharfen Düse hier, kann man den wunderbar freispülen. Und dann kann man ihn wunderbar entweder mit der Bohrschnecke oder mit dem Steingreifer hochholen. Mittag im Schloss Botmar in Klütz um 14 Uhr geht's los. Schöne Pfingsten. Was? Wann? Wo? NDR 1 Radio MV. Für uns in Mecklenburg-Vorpommern. Für uns in Mecklenburg-Vorpommern. Ich kann es tatsächlich nur empfehlen, das Ganze zu zweit zu machen. Denn hinterher, wenn man dieses riesenlange Bohrgestänge da hat, das sind jetzt glaube ich schon um die 6 Meter, die da drauf sind, wird das Ganze doch sehr schwer. Also man kann es dann im Prinzip bloß noch zu zweit bewegen. Lass es mal, ich will nicht gucken. Lass mal mit an. Das ist Lehm. Eindeutig ist das Lehm, oder? Bist du nicht weitergereicht. Das ist Lehm, oder? Ja. Lass mal. Lass mal. Lass mal. Ne, weitergelehen. Lass mal. Wasser. Bist du nicht bereit? Tja, nach gefühlten 10 Stunden und mindestens 10 Liter Schweiß sind mein Vater und ich dann jetzt doch noch ohne weitere Probleme durch die Lehmsticht durchgekommen. Jetzt sieht man hier einmal wieder, wie der Erdbohrer tief in der Erde wieder am Sand bohrt. Das Ganze ist recht anstrengend. Geht auch umso tiefer man kommt, umso langsamer voran. Aber ich denke mal, wenn man nicht auf Wasser gestoßen ist, ist das Erfolgserlebnis umso größer. Wir sind jetzt ziemlich genau bei 7 Meter. Man sieht, der Sand ist feucht. Und unten im Bohrloch sammelt sich schon das Grundwasser. Endlich. Da unten sieht man es. Anschließend wird jetzt dieses genau 7 Meter lange Rohr hier reingerammt. Tja, und hier sieht man jetzt tatsächlich mal wieder, eine zweite Person ist wirklich Gold wert. Sonst kriegt man das Ganze dann nicht an eine Bewältigung. Man sieht dieses Rohr. Es ist unhandlich. Es ist schwer. Da braucht man wirklich eine zweite Person. Sonst kriegt man es einfach nicht bewegt. So, das sogenannte Arbeits- oder Schutzrohr haben wir jetzt abgelassen. Und man sieht, unten sammelt sich schon das Wasser. Ich kann ja mal ranzoomen. Dann sieht man es besser. Dort unten. Ganz wichtig ist es auch, das Rohr hier, dieses KG-Rohr, miteinander zu verschrauben. Man sieht, dort gucken ein ganz bisschen die Schraubenenden raus. Weil, wenn man es hinterher rausziehen möchte, wird es sonst wieder auseinander. Also, bitte verschrauben vorher. Ja, ich habe jetzt das Arbeitsbrunnenrohr mit einem umgedrehten Eimer geschützt, dass nichts reinfallen kann. Und habe einmal die Leiter, meine Leiter hier aufgestellt. Die Leiter halt. Aber ich werde jetzt nicht weiterarbeiten, denn es gewittert gerade. Und ich möchte nicht hier an dieser Metallleiter stehen, die dann schön die Blitze anzieht. Ja, da gewittert es. Zieht gerade schön über uns rüber gleich. Hört man es? Ich denke mal schon. Gut, und weiter geht es dann in Teil 2. Bis denn. Ach du Scheiße. Alles komplett überschwemmt hier. Alles quizzes. Allesкраin. Alles号 Absolutely. Alles. Alles haные oss. Was ja gewitала loca.